Viele Kinder auf dieser Welt haben nicht die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Das wollen wir ändern und gemeinsam mit der Stiftung Fly and Help eine Schule in der Neubau bauen. Ziel der Rainer Meuth Stiftung Fly and Help ist die Förderung von Schulbildung. Für einen Schulneubau werden 50.000 Euro benötigt. Über 60 Stimmen singen im virtuellen Benefizkorps die Botschaft All Together, Hand in Hand. All Together, Hand in Hand. This is our dream and our land. We're standing here and we're so strong. Willst du helfen und das Projekt mit deiner Spende unterstützen? Gemeinsam können wir das schaffen. Vielen Dank. All Together, Hand in Hand. All Together, Hand in Hand. All Together, Hand in Hand. Vielen Dank.